Musik 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 Hört ihr mich reden? Musik 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 kann es daran liegen, dass ihr momentan zu viele Speicherstände habt. Ihr könnt ihr einfach ein paar löschen sozusagen, habt nur noch drei sozusagen, spielt am besten seit im Spiel, wenn ihr das macht, damit ihr, wenn ihr Notfalls sozusagen euren aktuellsten Stand löscht, nochmal drüber speichern könnt, sozusagen ihr aktuellsten habt. Wenn dies nicht funktionieren sollte und wenn es nicht an den Speicherständen liegt, dann hilft es natürlich das Spiel einmal neu zu starten. Darin könnte es schon liegen, aber das funktioniert in den seltensten Fällen. Bei mir war das allerdings so, dass es dann gelegen hat, dass ich den Spielstand davor einfach genommen habe. Und wenn ihr darauf einfach achtet und dann sozusagen einfach die Mission, die euch noch fehlt, noch spielt und den Zaunpark nicht drin habt, dann so funktioniert es auch. Das waren sozusagen die drei Methoden, mit denen ihr den Zaunpark auf jeden Fall fixen könnt. Wenn ihr das nicht hinbekommen könnt, ihr gerne noch einen Kommentar da lassen. Vielleicht hat es den ein oder anderen geholfen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, das selber rauszukriegen, habe viele Sachen probiert und mir hätte auf jeden Fall so ein Video geholfen. Deswegen dachte ich mir, hey, machst du selber mal ein Video für alle Leute da draußen, die Bock drauf haben, können gerne ein Abo und ein Like da lassen, würde mich freuen und schreibt in die Kommentare, wie euch natürlich Dayscore gefällt. Das war's für ein guter Games. Peace out und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.